Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute geht es mal wieder um Lightroom, denn dort werde ich dir zeigen, wie du relativ einfach so einen kleinen Moody-Look zaubern kannst. Ich rede jetzt aber nicht von diesem klassischen Insta-Moody-Look, sondern ich rede davon, dass wir ein Landschaftsbild wirklich richtig schön dramatisch wirken lassen können. Viel Spaß! Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis auf meinen neuen Podcast, den es jetzt gibt, überall auf sämtlichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Landscape Hunter heißt er. Ich habe schon einige Folgen draußen, mal alleine, jetzt dann auch mal mit Gästen zusammen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Es geht um Fotografie allgemein, es geht um Bildbearbeitung, es geht um Filmerei, es geht darum, sich ein Business aufzubauen, es geht um Naturschutz und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen kreuz, quer und beet. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich dich da auch mal dann mit am Start habe und du als Hörer auch dort mal einschaltest und kannst auch gerne ein Abo dalassen. Jetzt aber rein in Lightroom. Dieses Bild ist es, worum es geht. Und ich möchte dir mal zeigen, wie man aus so einem Standard-Shot, sage ich mal, von der Belichtung her, jetzt etwas Moody-haftes machen kann. Also das ist das, was ich damals daraus gemacht habe. Mal gucken, was wir jetzt daraus machen. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es erstmal von der Belichtung her völlig in Ordnung. Wenn man sich das Histogramm jetzt hier mal so anschaut, da schlägt nichts rechts an, da schlägt nichts links an. Also das ist alles in Ordnung. Ich glaube nur, dass es, ja, wenn wir es etwas Moody-hafter bearbeiten, etwas dunkler alles, etwas dramatischer gestalten, das ganze Bild doch noch etwas mehr Potenzial hat. Und das gilt es jetzt herauszufinden. Also, ich würde mal anfangen, indem wir jetzt mal wirklich das ganze Bild noch etwas abdunkeln, also alles einfach mal so eine halbe Blendstufe weiter herunterregeln. Das gefällt mir so schon mal gar nicht so schlecht. Und gleichzeitig werde ich aber probieren, die Weiß-Werte in diesem Bild wieder so etwas nach oben zu schieben. Also ich konter so ein bisschen dagegen, baue damit auch so ein bisschen Kontrast auf. Und ich denke mal, gerade hier auf dem Tier und auch gerade hier in den Bergen, so der Schnee und so weiter, da wirkt dieser Effekt dann wirklich auch am stärksten. Vielleicht ziehen wir die sogar auf plus 40 hoch. Ich gucke jetzt hier mal nebenbei auf das Histogramm, das hier trotzdem nichts anschlägt. Und ich denke mal, das können wir so lassen. Vielleicht den Kontrast noch ein kleines bisschen nach oben drehen. Den stelle ich mal auf plus 15. Und jetzt ist es vom Kontrast, von der Helligkeit und so weiter, gefällt es mir eigentlich schon relativ gut. Wo ich jetzt so ein bisschen Probleme mit habe, ist die Farbigkeit des Bildes. Denn hier oben ist es doch relativ bläulich, hier unten ist es relativ grünlich. Also da ist es schon ein bisschen wärmer irgendwie. Und irgendwie passt das Ganze noch nicht so hundertprozentig zusammen. Deswegen werde ich jetzt erstmal lokal ein bisschen weiter arbeiten. Und ich werde mir hier mal einen linearen Verlauf aufziehen. Und den werde ich auch nicht ganz oben starten, sondern ein bisschen weiter unten. Und dann ziehe ich den hier auch relativ weit nach unten rein. So, und was ich jetzt mache, ich werde jetzt hier erstmal die Temperatur so ein bisschen ins Wärmere ziehen. Weil dadurch verschwindet so ein bisschen dieser bläuliche Ton. Und es wird ein bisschen neutraler. Wie du jetzt siehst, also dieser Himmel, der sieht jetzt eher so ein bisschen neutraler aus. Eher so ein bisschen gräulicher, was mir persönlich ganz gut gefällt. Das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen weiter führen hier. Also ich würde mal sagen, ja, die Temperatur können wir auf plus 30 hier ungefähr stellen. Das passt eigentlich ganz gut. Ziehen wir den Verlauf hier noch ein kleines bisschen weiter runter. Und jetzt ist das ganze Bild so von der Farbigkeit irgendwie mehr angeglichen. Irgendwie sieht es jetzt ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht. Also das ist Blau. Das hat mich schon relativ stark gestört. So, und jetzt können wir weitermachen. Jetzt werde ich als nächstes mir hier eine weitere Maske anlegen. Neue Maske sage ich hier. Und diesmal möchte ich den Himmel auswählen. Denn der Himmel, den möchte ich jetzt auch noch ein bisschen bearbeiten. Der ist ja hier relativ einfach auszuwählen an dieser Stelle. Den werde ich jetzt auch von der Belichtung hier nochmal ein kleines bisschen dunkler machen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu doll macht. Sonst sieht es auch komisch mit den Bergen aus. Aber ich denke mal, so eine halbe Blendstufe runter ist in Ordnung. Und dann kriegt der Himmel natürlich auch noch ein bisschen Kontrast. Dann werde ich auch die Schwarzwerte noch ein kleines bisschen abdunkeln. Gleichzeitig die Weißwerte ein bisschen nach oben ziehen. Also er kriegt einfach so ein bisschen mehr Drama. Und insgesamt vielleicht sogar noch ein bisschen Dunst entfernen reinbringen. Perfekt. So und was wir gleichzeitig auch noch machen können. Ich werde wieder eine neue Maske erstellen. Und diesmal nehme ich wieder einen linearen Verlauf und ziehe den von unten nach oben wieder auf. Ich werde dabei die Shift-Taste gedrückt halten. Dadurch wird dieser Verlauf auch wirklich komplett gerade nach oben gezogen. Und dann werde ich mal so ein kleines bisschen Klarheit hier noch in den Vordergrund mit reinbringen. Das mache ich immer ganz gerne so. Den Vordergrund, die Klarheit ein bisschen nach oben setzen. Im Hintergrund, hier in den Himmel, da könnte man sie theoretisch sogar noch ein bisschen runterdrehen. Damit einfach die Blickführung noch so ein bisschen durch das Bild besser wird. Also der Vordergrund, da soll der Blick zuerst drauf. Und der Hintergrund, der kann eher so ein bisschen abgesoftet sein in diesem Moment. Und ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ein bisschen Dunst entfernen kann hier noch mit rein. Perfekt. Und jetzt wirkt das ganze Bild ja schon, ja, auf jeden Fall ein bisschen Moody-hafter, was wir jetzt noch machen können. Ich kann noch eine weitere Maske hier erstellen. Diesmal nehme ich einen Radialverlauf. Ziehe den hier einmal auf. Und wenn du das letzte Video geguckt hast, einmal die Command-Taste drücken und dann Doppelklick hier drauf. Dann wird dieser Radialeverlauf hier wirklich auch komplett bildausfüllend erstellt. Und diese Maske, die drehe ich jetzt einmal um, dass ich jetzt hier auch wirklich nur noch das Äußere anspreche. Denn ich möchte jetzt in dem Fall hier die Belichtung noch ein bisschen runtersetzen. Also so eine kleine Vignette hier mit in das Bild zaubern. So, hier so eine halbe Blendenstufe. Das ist schon fast ein bisschen viel. Machen wir so mal auf minus 0,35. Das sieht für mich schon mal ganz gut aus. So, klicke ich hier auf Fertig. Was ich jetzt hier noch hier sehe, sind so ein paar kleine Sensor-Spots, die man noch schnell rausmachen kann. Einfach einen Klick hier einmal drauf und dann werden die hier rausgenommen. Hier ist auch noch einer. Den kann ich auch noch rausnehmen. Und du siehst, wenn ich jetzt hier näher heranzoome, dass auch wirklich die Berge so ein kleines bisschen unscharf sind. Das ist in dem Fall jetzt auch tatsächlich mal beabsichtigt gewesen. Normalerweise bin ich ja immer ein Verfechter davon, alles knackscharf zu fotografieren. Aber in dem Fall wollte ich tatsächlich so ein bisschen mich mehr auf den Vordergrund fokussieren. Das Tier, was jetzt hier so in die Ferne quasi guckt, war fast schon romantisch irgendwie. Und genau, deswegen ist das jetzt hier so entstanden, wie es entstanden ist. Ich glaube, das ganze Bild insgesamt verträgt noch ein bisschen Klarheit. Plus 5 können wir noch reingeben. Und es sieht doch eigentlich schon mal soweit ganz gut aus. So, gucken wir mal, wo wir hergekommen sind. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Also ich finde, so einen Moody-Look haben wir schon erstellt. Ich bin übrigens jetzt kein großer Freund davon, diese berühmte S-Kurve in die Gradationskurve jetzt einzubauen. Also das möchte ich jetzt nicht machen. Ich möchte jetzt nicht so diesen typischen Instagram-Look bauen, sondern es soll einfach insgesamt ein bisschen dramatischer wirken. Wo man jetzt auf jeden Fall noch mal gucken sollte, falls du das noch nicht getan hast. Ich habe das immer direkt schon als Preset drin, wenn ich meine Bilder importiere. Wobei hier nicht, tatsächlich habe ich offensichtlich, das ist aus dem Jahr 2020, ich habe es offensichtlich später eingestellt. Das ist mir nämlich auch gerade eben aufgefallen hier, gerade an den Bergen. Chromatische Aberrationen sind definitiv vorhanden, deswegen wollen wir die auf jeden Fall noch entfernen. Ja, jetzt ist es deutlich besser und auch die Profilkorrekturen an dieser Stelle können wir noch aktivieren. Und jetzt sieht das Ganze doch deutlich besser aus. Ich bin irgendwie mit dem Himmel immer noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, wir können den noch ein bisschen weiter manipulieren. Ich werde jetzt also den Himmel noch mal auswählen und zusätzlich dann noch einen linearen Verlauf drüber legen. Das heißt, ich drücke jetzt hier mal die Optionstaste und dann, oder die Alt-Taste bei Windows. Und dann kann man hier nämlich Schnittmenge bilden sagen. Und dann ziehe ich hier noch mal einen linearen Verlauf auf. Schnittmenge bilden bedeutet, ich erstelle jetzt quasi eine zweite Untermaske, nämlich so einen linearen Verlauf. Die erste Untermaske ist jetzt einmal der ausgewählte Himmel. Und im Endeffekt, die Schnittmenge davon ist jetzt das, wo beide Masken aktiv sind. Das heißt, wir haben einmal den Himmel ausgewählt. Jetzt habe ich hier noch einen linearen Verlauf, den ich jetzt hier reinziehe. Und jetzt siehst du, dieser lineare Verlauf ist hier oben aktiv, hier unten nicht mehr. Und dort, wo jetzt beide Masken, beide Untermasken, einmal Himmel 1 und einmal linearen Verlauf aktiv sind, dort wird jetzt die gesamte Maske dann angewendet. Das heißt, hier unten, wo jetzt eigentlich dieser Himmel noch drin ist, durch den linearen Verlauf wird das rausgenommen. Aber dadurch wird das Ganze für mich immer so ein bisschen realistischer irgendwie noch, wenn ich das jetzt hier oben nochmal so ein bisschen abdrucken. Ah, darf man auch nicht zu viel machen, sehe ich gerade. Also da muss man echt vorsichtig sein, dann lieber noch ein bisschen Klarheit reinhauen, um dem Ganzen dann noch so ein bisschen Struktur zu geben. Aber man sieht hier auch, dass man schnell solche Halo-Effekte hier am Berg bekommt. Deswegen muss man da echt ein bisschen aufpassen und das Ganze ein bisschen weniger machen, als man vielleicht will. Also ich möchte das Ganze jetzt hier auch nicht überbearbeiten. Es ist schon relativ viel gemacht worden an diesem Bild. Ich denke mal fast, dass wir es so lassen können. Was hältst du von diesem Look? Ich finde ihn ziemlich cool eigentlich. Man könnte jetzt noch reingehen und natürlich die Farben noch ein bisschen verändern. Also die Sättigung zum Beispiel von den grünen Tönen könnte man noch so ein kleines bisschen rausnehmen und auch die Luminanz noch so ein kleines bisschen nach unten drehen. Übrigens, wenn du hier solche Wiesen bearbeitest, dann ist es nicht immer nur grün, sondern vor allem ganz viel gelb. Zack, drehen wir das hier noch so ein bisschen runter. Perfekt. Und die Sättigung von dem Blau nehme ich auch noch so ein bisschen raus. So auf minus 10 ungefähr. Okay, super. Können wir auch noch ein bisschen dunkler machen hier. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das Bild jetzt richtig gut. Also vorher, nachher, vorher und nachher. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Bild findest. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass du vielleicht auch durch diese Bildbearbeitung ein bisschen was mitnehmen konntest. Für deine eigene Bildbearbeitung. Vielleicht war auch irgendwas mit dabei, was du noch nicht kanntest. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Gib gerne einen Daumen nach oben. Und falls du noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall auch den Kanal, damit du keine weiteren Videos hier verpasst. Und ansonsten, wenn es dir richtig gut gefallen hat, kannst du natürlich das Ganze auch noch mit deinen Freunden teilen. Vielleicht haben die ja auch Interesse an Bildbearbeitung. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn du Bock hast, Lightroom zu lernen, dann schau auf jeden Fall mal in meinem Online-Shop vorbei. Denn dort gibt es Videotrainings, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. So, also bis zum nächsten Mal. Mach's mit. Ciao. Ciao.